So, da bin ich auch schon. Wolltet er raus, dann wieder nicht. Dazu haben wir mal Personal. So. Probe nicht den. Ja, mach ich was, genau. Geht doch an, mal ja. Das ist es. Ja, die. Ein, eine Sekunde. Da ist ein Punkt, aber hier. Hier hin. Das, hier hin. Jetzt. Ja, der verrückt sich mal. Komm her. Ja. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen jetzt da, überall jetzt erstmal da, wo wir noch zwei brauchen, weil sie nicht mehr aufgrund ist. Wir brauchen hier noch einen Hinterkonzept. Okay. Bälle und Schnur. Das ist einfach. Bälle haben wir hier. Bälle haben wir hier ein paar Mal. Wir brauchen hier ein paar Mal. Bälle sind hier. Oh, wir sind hier raus. Ich hab mal gesagt. Ich würde jetzt hier keine Masen dazu geben, ja sonst mal mit dem Teufel. Bälle sind einfach mal heraus. Ja, das ist ein paar Mal. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das ist alles. Wir werden mal mindestens eins vor den neuen. So und dann... So und dann... ...preis. Oh ne. Oder wieder alles eins. Aber um zu wachen. Oh ne. Der muss das zusammenfassen. Stimmenkirche hat, um es zuwachen. Ein Runde ist zuwachen. Sophia ist unter der Leihat. Wir müssen uns florieren. Es hat einen Glocken Soleil im Moment enthalten. Ich bin in der Leih auf. Wir müssen uns und ich bin im Moment. Wir brauchen noch ein Ding. Ein. Wir brauchen noch einen Abkommen. Wir brauchen noch eine Erstoß. Warte was ich verschreckt, also fast bin ich jetzt jeder Fimmel. Aber hier. Das war's. Ah, ich bin im 5.0. Ja, das fehlt mir auch. Erinnerst du dich? Die Leuchtkäfer? Oh, jetzt? Oh, ich nix zum Schreiben habe. Ich hab mein Handy, jetzt brauch ich dich. Ich bin hier im 6.0. Ich bin hier im 5.0. Ich bin hier im 5.0. Ok. Jetzt erinnert es bei mir. Das ist ja einmal der Mai. Oder die Sonne. Wir haben etwas besonderes an sich, wenn sie alle zusammen erblühen. Erinnerst du dich? Es ist Zeit. Ah, ich kann es gar nicht mitklappen. Ich kann es auch gar nicht aufschreiben. Lass mich an das Auto. Was ist hier auf? Was kommt mit mir? So, mach's nicht, mach's nicht. Aber komm, mach mit. Waffende Götz. Waffende Götz. Waffende Götz. Waffende Götz. Musik 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 Jetzt Herz und Vino Aber doch diese Bezahlherz Da ist ja was Das war's für ein Schädel. Ok. So und hier machen wir jetzt erstmal die 3-2-Aufflugzeuge und so ein Ok. Da in Wappen. Ich hoffe, ich werde besser. Ich hoffe, ich werde hier. Wo braucht ich jetzt? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich mache so. Wo ist das? Ja. Da, ich bin aus dem Bithjörgang, ich bin aus dem Bithjörgang. Das ist das Bithjörgang. Ich habe das Bithjörgangばunen. Das ist das Bithjörgang. Zeigern. Oh mein Gott. Das ist okay. Das ist... Oh, warte! Ist es jetzt fertig? Nein. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich hab hier aufgerissen. Kampfer aufgerissen. Jetzt komm mal die Papa. Ja. Ich weiß nicht. Ich kann doch nicht. Bis zum nächsten Mal. Eure Vorsichtig. Was ist das? Das ist schon das grünste. Guck mal, dass hier eh gleich vorbei ist. Hier mache ich auch etwas länger. Bildpappen? Wie ist es? Oder schon? Bildpappen. Je там drin. Das ist so cool. 2. Die Kopfenionskンロ. Das war's für heute. und Oh, 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 oh. Ja, 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 ja.